Jetzt ist es gleich soweit. Er sneakt. Wir sind natürlich noch nicht so supergeil equipped, ne? Das macht nix. Die auch nicht. Verspreche ich dir. Okay. Ich vertraue mir einfach. Einmal. Ich vertraue dir immer, das weißt du doch. Warum? Warum? Warte ich mal hier nochmal schnell... Einmal ein nach oben vielleicht? Ja hab ich auch gerade im Blick, aber warte mal. Über uns, über uns, sap sap filter dir hin! Hey, willkommen. Ich bin der Bergmann. Und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Mindfighter. Heute mit Safirian und Sergeant Max. Hallo. Hallo. So, und ich glaube, nach den unzähligen Runden, die wir bislang gespielt haben, muss ich jetzt nicht nochmal erklären, worum es geht. Safirian, du hast es ja sicherlich schon ein paar Mal gesehen bei mir, oder? Ja, aber ich hab es einfach noch nie gespielt. Höh? Ups, das ist richtig dunkel hier, was ist denn jetzt los? Ups. Hä? Warte ich halt. Ja, irgendjemand hat die Packel abgebaut. Ich dachte gerade hier wäre irgendwie Horror Mode. Oh Gott, das wäre krass, doch für Halloween noch, ne? Der Modus ist übrig geblieben. Habt ihr irgendwo schon die Werkbank gefunden, zufälligerweise? Ja, die steht hier direkt vorne, ja? Wo denn? Ach da, geil. Hast du die Kiste auch schon gefunden? Ja, die ist hier hinter. Sehr gut. Oh, Eisenschwert. Das ist ganz geil. Und eine Enderperle. Was ist da los? Ne, hab ich echt auch noch nicht so gesehen. Enderperle, das ist auch krass, ne? Für so kleine Maps. Wofür könnte man denn hier Sand und nen Kaktus gebrauchen? Du kannst den Kaktus aufstellen, zum Beispiel als Falle, wenn jemand dann durch deinen Tunnel durchläuft und gegen diesen Kaktus rennt, dann ins Verderrten direkt. Explodiert der! Bei Kuppel! Exploding! Cactus. So, zack. Ich mache hier ganz viel Stein. Ja. Das ist natürlich alles wieder... Damit wir hier gleich die Bergmannsche Taktik machen kann im Sinne von irgendwie acht Öfen, damit das hier besser... Genau, sehr gut, genau, 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 genau. Und am besten schon mal einem Inventar behalten, weil wir ja prädestiniert dafür sind, irgendwie grundsätzlich, wenn wir unser Lager aufschlagen, immer Öfen und Werkbanken zu vergessen. Ja, da hast du auch wieder recht. Ja. So, pass auf, ich höre hier schon mal ein bisschen Kohle rein. Sehr geil. Sehr geil. Hast du schon eine Steinspitzhacke? Ne, ich habe schon eine Steinspitzhacke. Du bist so ein heftiger Boy. Sehr gut. Sehr nice. So, und dann machen wir nämlich hier ein bisschen, dann da ein bisschen und da ein bisschen. Das wäre so geil, wenn wir jetzt noch so einen Raum finden würden, wo alles drin ist. Ja, deswegen, ich weiß gar nicht, lass doch einfach hier alles abbauen und dann direkt weiterziehen. Meinst du? Ne, ne. Ne, ne. Wir sollten erstmal Rüstung machen. Hast du auch wieder recht. Ich habe das Gefühl, das ist mega dunkel bei mir gerade, weil es ist ein Luchs hier. Ich habe auch den Shader, musste ich rausmachen, bei mir war es auch zu dunkel. Ich mache mal eine Faggle, glaube ich. Eine Faggle. Eine Faggle of Love to Humanity. So. Wofür könnte man Redstone? Ich habe es bis heute nicht verstanden. Für eine Falle, Saf? Hast du hier schon? Ja, irgendwelche Fallen halt, aber. Kann man simple Fallen? Mach doch einfach so eine richtig heftige Falle hier, so ein A-Team mäßig jetzt. Mit Redstone und einer Blume. Kann man denn krasse Fallen aus wenig Redstone schon bauen? Eher weniger. Also du kannst irgendwelche Fallen machen, dass man in ein größeres Loch fällt, wenn man auf eine Druckplatte tritt oder so. Ja, ja gut. Das ist natürlich sehr sinnig, ne. So. Wollen wir noch einen Ofen zusätzlich bauen, um es noch ein bisschen schneller zu machen? Ja, so viel leisen haben wir gar nicht mehr, ne. Doch, ich habe 16, 17 reingetan jetzt. Ich habe auch nochmal zwei reingetan. Okay, dann ist es doch ganz gut. Ja, ich habe nichts gesagt. Alter, ich hänge hier fest. Was ist da los? Alles normal. Heidepack Solta. Ich bin echt voller neuer Energie heute. Gestern Abend war ich echt so du. Ich habe ja nochmal versucht, was aufzunehmen, aber irgendwie war ich echt fertig so. Du hast jetzt keinen Ofen noch gebaut? Nee, habe ich nicht gemacht. Okay, dann mache ich das jetzt kurz. Ich habe die Quelle des Eisens gefunden. Okay. So, hups, hups. Oh, ne. Boah, das ist immer so spannend. Also der Anfang ist immer so, immer so. Oh, hier schon Wasser? Hast du Wasser gefunden? Ja, ne. Aber Wasser hat man glaube ich immer in der Base. Saf, wenn du willst, kannst du dich schon mal kurz in irgendeine Richtung bauen und gucken, ob wir da vielleicht irgendwo auf Land stoßen. Oder auch in der Höhle. Okay. So, ich habe jetzt so ziemlich alles abgebaut, um das hier zu finden, wa? Okay. Ähm. Und zack. Und zack. Und zack. Okay. Lass uns erstmal Chestplates machen, das glaube ich am sinnvollsten. Joa. 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 Joa, joa dat. Joa, joa dat. So, das ganze Holz hier am besten nochmal mitnehmen. Äh, ho, ho. Ihr hört doch hier schon irgendwas oder nicht? Ich mach mal einen Sound einen Tick lauter, glaube ich. Einfach, weißt du? Ich hab nur noch einen Sound gehört. Ich hab nur noch einen Sound gehört. Ich hab nur noch einen Sound gehört. Ja, einen Sound gehört. So. Oh, da oben sehe ich schon Namen. Da oben sehe ich schon Namen. Wo, 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 wo. Oh, stimmt, 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 stimmt. Sollen wir uns da hinbauen? Okay. Ja, ich mach das hier fix eben. Ich klär das. Ja, okay, dann klär du das. Ich versuche hier schon mal ein bisschen was zu craften, irgendwie. Oh, das wird... Ist aber fix unterwegs jetzt, ne? Ich mach mir schon mal ne Brustplatte. Ne Platt, ne Brustplatt. Aber ich brauche, bevor ich hier weiterkomme... Und vergessen, ich hab das Eisenschwert, ne? Also vielleicht... Ja, ein Eisenschwert hab ich auch schon gemacht. Ja. Ich hab auch schon eins. Ah, okay. Hier seid ihr drauf. Oh, guck mal, der ist richtig nah hier. Krass, wer ist denn das, oder? Das ist German Craft, okay, pass auf. Das ist der, der gerade mit uns getalkt hat, ja, ne? Ja, 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 ja. Immer schön sneaken, ne, Leute? Ja. Dieses Spiel basiert auf Sneaken. Sneaken für Kinder. Ach, sagst du bist das hier? Ja. Hell hier, nice. Okay, sehr gut. Verzeihung. Warte, jetzt kriegen wir ihn, jetzt kriegen wir ihn. Hups. Habt ihr ihn? Ne, Moment, wir müssen noch einmal kurz nach oben. Jetzt sneakt der auch, ne? Ja, das macht nichts. Ich hab ihn, ich hab ihn gesehen. Okay. Hab ihn noch gesehen, erzähl mir doch nichts. Da ist noch jemand von einem anderen Team da, glaube ich, oder? Ne. Wo denn? Hier, hier liegt Oli, sind zwei. Ja, ja, ja. Aber es macht nichts, wir sind auch zu zweit, alles gut. Okay, Berge, jetzt könntest du kommen. Ich bin da. Okay, pass auf. Jetzt können wir nämlich, jetzt sind wir bei, das ist der Durchbruch hier praktisch. Okay. Warte. So. Jetzt ist es gleich soweit. Er sneakt. Oh, dann müssen wir auf Abstand bleiben. Aber wir sind natürlich noch nicht so supergeil equipped, ne? Das macht nichts, die auch nicht. Verspreche ich dir. Okay. Ich vertraue mir einfach. Einmal. Ich vertraue dir immer, das weißt du doch. Von deinem Nachhinein. Warum? Warum? Warte, ich mach hier nochmal schnell. Einmal, ein nach oben vielleicht. Ja, hab ich auch gerade überlegt. Aber warte mal. Über uns, über uns. SAF, SAF, hinter dir, hinter dir. Oh, krass. Ah, okay, alles klar. Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir, ach, SAF. SAF! Das ging fix, Alter. Hab ich nicht mit gerechnet. War das der grüne? Ja. Ja, alles klar. Weil der andere von ihm steht hier vorne. Der hat hier oben ordentlich gecampt, Alter. Pass auf, dass der gar nicht, der wird auch über die kommen. Gerade, dass man niemanden irgendwie wieder kaufen kann oder sowas, ne? Oh, meine Spitzhacke ist durch. Warte. Der ist direkt über uns, das weißt du, ne? Das kann gar nicht sein, das kann nicht sein. Natürlich, der war doch gerade über uns. Das war der andere. Max. Ja, dann geh hoch, dann lass uns hoch bauen. Ja, natürlich. Mach mal einen nach oben. Ja, warte. Oh, hast du noch eine Steinspitzhacke? Ja. Willst du oder soll ich? Warte, ich mach. Ja. Der ist hier eh. Der ist hier. Also hier oben ist schon mal nix. Ne, da nicht. Der war doch hier vor mir eben. Der ist, der ist direkt über uns. Hier ist ein Raum, hier ist ein Raum. Hier ist ein Raum. Alter, ist eine Kiste, die ist leer. Über dir ist doch alles, alles Dings hier. Der ist, der ist hier. Oh, hier ist ein ganz langer Gang. Wir müssen wieder zurück, ey. Wir haben, wir haben, das war, das war der größte Fehler ever, den wir gerade gemacht haben. Meinst du? Ja, natürlich. Hast du eine Fackel noch irgendwie? Das ist mega dunkel. Ja. Wollen wir den Weg hier geradeaus weitergehen? Da muss er ja gewesen sein, oder? Ne, ich glaub der ist eher, der ist über uns. Wir sind einfach, wir sind alle eben. Aber dann müssen wir ja sehen. Hast du den Wiki gebaut? Ne, das hat er gemacht. Ich weiß nicht. Okay. Nimm die Fackeln hinter dir wieder mit, ne? Richtig, richtig sexy aus. Ja, von hier, von hier, von hier, von hier kam der. Und hier ist ja nix. Aber hier ist doch zugebaut unten, da muss er doch angegangen sein. Ja, da hat er Saft getötet, da kamen wir raus. Ah, okay, okay, alles klar. So, lass wieder zurück, lass wieder zurück. Der ist eh bei uns in der Base. Meinst du? Ja, ja, komm. Alter. Wo bist du? Ja, hier, alles gut. Okay, komm, komm, komm. Wie hübsch du springst, das finde ich gut. Lass mich vorgehen. Ja, ja. Der hat hier zugemacht, warte. Ja, der hat hier zugemacht. Das war ich. Achso. Du bist immer so einer, ne? Ich habe gerade einen Namen gesehen hier links irgendwo. Okay. Der ist hier hundertprozentig. Alter, das ist wirklich spannend jetzt. Kannst du natürlich haben, dass er bei uns in der Base rumeiert, um die ganzen Sachen da zu snacken, die wir da noch im Ofen hatten. Ja. Aber ich sehe hier niemanden. Ne, hier ist niemand. Guck mal in den Ofen, ob da noch was alles ist. Doch, nie, da ist ein Zombie, oh Gott, was ist hier los. Guck mal, ob im Ofen noch alles ist. Ja, warte, lass mich kurz den Zombie wegnatzen. Ist einer von uns hier in die Richtung gegangen? Ja. Okay, in den Ofen. Warte. Ja, da ist noch alles drin. Okay. Noch ganz viel Eisen drin. Waro. Dann nimm mal alles mit. Ja. Bauen wir einen Ofen ab. Ja, ich muss... Da, 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Okay, hab ihn, hab ihn. Okay, sauber, 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 sauber. Alter, du hast ihn, du hast ihn sehr gut. Alter, schreib mich doch nicht so. Ja, ich wusste es. Er tauchte da plötzlich auf, ey. Der alte... Der alte Ganove, ey. Das wird langsam ein bisschen tricky. Alter, das ist richtig spannend jetzt. Okay, warte. Wir müssen reisen. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Ich hab auch noch richtig viel Kohle, also wenn wir irgendwie was brennen müssen. Ja, ja. Wir gehen jetzt nochmal zurück hier in die Base. Ja, warte. Oh, der Weg ist richtig scheiße hier. Okay, komm mal hierher. Ja, Moment, Moment. Ja, Moment. Schön sneaken. Okay, bau mal die Dinger auf. Ich montiere mal schnell die Einbauküche. So, ja. Fertig. So. Ich hau da mal eben schnell überall Dings rein. Ja. Ja, pass auf, ne. Die können jederzeit von hinten auftauchen. Ja, hast recht. So. Schön sneaken. Hast du in dem letzten Ofen auch was reingelegt? Nee. Nee. Dann teile ich das jetzt hier nochmal. Okay, willst du Ausschau halten kurz da drüben? Nochmal, nochmal zu unserer Base? Ja, mach ich. Zumindest hier so irgendwie. Du hast Eisen aufgehoben, das musst du nochmal in den Ofen tun. Ja. Okay. Ob das jetzt eine gute Idee ist, weiß ich nicht, sich zu trennen. Alle sagen immer, wenn man Filme schaut, so Horrorfilme, trennt euch bloß nicht. Doch, das sagen wir immer. Trennt euch. Das ist die beste Entscheidung ever. Das ist auch wieder richtig. Ever. Die best decision ever. So. Ich sie auch leider keinen Namen mehr. Das ist ein bisschen problematisch. Ja. Vor allem, wer weiß, wo die sich jetzt hinbauen. Entschuldigung. Alles gut? Alles gut, ja. Ja, wer weiß, wo die sich hinbauen, hast du recht. Ich brauche noch vier. Zack. Zack. Okay. Ein Eisen brauche ich noch für die Schüchen. Also ich baue mich jetzt einfach nochmal in so eine bestimmte Richtung hier, um mal zu gucken, was Sache ist. Ja. Das Gute ist, weiß ich nicht. Ich habe den Kompass. Wieso habe ich den gar nicht bei mir drin? Kein Wunder. Da haben wir die ganze Zeit auch gar nicht drauf geachtet, ne? Nee, überhaupt nicht. Ein bisschen blöd. Okay, ich würde jetzt wieder zurückkommen. Ja. Ich habe einen Enderpeerle. Der Kompass lag in eine ganz straighte Richtung hier bei mir. Kann ich damit noch irgendwas geiles machen? Also er zeigt auf jeden Fall nicht in deine Richtung, der Kompass. Ja. Bedeutet, die Gegner sind nicht bei dir. Bist du wieder bei uns in der Base? Ja, ich bin schon... Ich sehe ihn doch da unten. Ich sehe ihn doch. Wo denn? Ja, unter dir. Direkt unter dir. Ach, da. Ah, okay. Alles klar. Aber einer muss auch noch rechts sein. Rechts, der muss näher sein. Siehst du das? Der ist schon extrem nah dran. Aber der... Wo bist du denn? Ich höre... Ich höre was. Warte. Ich bin gerade richtig hart konzentriert. Okay, ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Hau ihn weg. Oh nein! Alter, wieso geht das so weit runter hier? Ja, alles gut. Hast du eine Fackel? Mach mal eine Fackel. Ja, sehr gut. Wenn der jetzt hier reinfällt, Alter. Alter Schwede. Mal kurz gefährlich jetzt. Okay. Ist denn noch einer? Ja, ich sehe hier leider nichts. Hast du noch mehr Fackeln? Mach mal hier eine hin. Alter Schwede. Kam der von hier? Der kam von da. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Ja, aber guck mal hinter uns. Guck noch Kompass. Ja, der Kompass zeigt ganz woanders hin. Dann woanders hin, so. Alter Schwede. Aber ich sehe auch leider keinen Namen dergleichen. Warte mal, vielleicht hier. Nee, der geradeaus stand in die Richtung, oder? Oh, nee, der muss über uns sein. Der Kompass dreht sich gerade komplett. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Der ist entweder über oder unter uns. Nee, der ist hundertprozentig über uns. Und dort ist nicht mehr viel Platz. Pass auf, ich opfer mich mal so halbwegs. Warte. Was ist denn los, ey? Der muss hier oben irgendwo sein. Wirst du krank, Bergy? Das gefällt mir nicht. Ja, ich weiß es nicht. Alter, ich hasse sowas, ne? Der muss genau über uns stehen. Oder unter uns. Hä? Warst du das? Okay, alles klar. Ja, ich baue hier gerade ab. Ich gehe mal hoch. Vielleicht fällt der mir ja praktisch von oben direkt ins Gesicht. Oh, Alter. Der muss hier. Oh, warte mal. Hier unten vielleicht? Nee, nee, wenn, dann ist er oben. Meinst du? Warst du das? Mit Erde abbauen? Ja, ja, ich habe das hier. Ich denke mal. Ich denke vielleicht eher hier. Guck mal hier, hier rastet er richtig aus. Hier bei der Werkbank. Der Kompass? Ja. Der Kompass, wo bist du denn ganz hingelaufen? Nee, hier. Hier, hinter dir. Kann gar nicht sein hinter dir. Hallo, hinter dir. Doch, hier. Guck doch mal, hallo. Ja, aber der Kompass zeigt ganz woanders hin gerade. Nee. Siehst du das? Das ist hier. Mir zeigt der Kompass ganz woanders hin. Der ist in seine Base zurückgelaufen. Nee, glaube ich nicht. 100 Pro, der Kompass zeigt doch da hin. Brauch. Wackeln. Brauchst du noch eine Brustplatte? Nee, hast du alles, ne? Ich habe alles jetzt. Der ist 100 Pro in seiner Base hier. Der ist 100 Pro in seiner Base. Ja, dann müssen wir uns aber wieder ein bisschen weiter hoch bauen. Ja, wäre nicht schlecht. Ich bin jetzt hier schon in seiner Base, ne? Ach, das ist alles deine Base? Das hier ist die Base von denen. Auf der Höhe? Ja. Baust du gerade ab? Ja, hier ist aber nichts. Er ist auch hinter uns jetzt wieder. Ich hasse sowas. Das macht mich richtig wahnsinnig. Jetzt bin ich richtig paranoid. Also du meinst nach oben. Ich baue jetzt hier ab und gehe mal ein Stückchen hoch. Ich glaube, er ist jetzt über uns. Ja, ich gehe nach oben. Das ist ja die Frage, wie hoch, ne? Ja. Wir müssen ja vom Ding auf irgendeinen Gang stoßen, oder weiß ich nicht was. Boah, ich flippe aus, ey. Das ist richtig eklig, ne? Warte. Der ist bestimmt ein Fuidia, ich sag's dir. Oh, warte, warte, hier ist ein Raum. Was ist das hier? Ah, hier ist nur ein Raum. Hier ist so ein Raum mit, äh, was ist denn hier drin? Ja, aber das kommt auch hin. Ne, hier ist ein Raum. Also hier ist nix, äh... Geh mal rein da in den Raum. Ja, warte, warte, ich hänge hier fest. Hier ist aber nix. Erstmal alles dunkel machen hier. Nicht gut. Also der war auf jeden Fall nicht hier, aber hier ist keine, keine Truhe oder sonstiges. Ja, komm, wir können sogar rein theoretisch verzaubern hier. Das ist richtig abgespaced. Oh, ich habe sogar Level, voll gut. Mann, Max! Wo können wir hier verzaubern? Ne, da ist ein Bücher. Achso, da müssen wir den Tisch machen. Na super. Warte mal, der Kompass zeigt jetzt. Ich sehe auch keinen Namen, gar nichts. Der Sneak ist nicht oben, nicht unten. Ne, der Sneak die ganze Zeit. Der ist nicht doof. Der ist nicht doof. Die Sau. Die Sau. Die Pottsau. Versuch mal auf die... Ne, warte mal, jetzt rastet der Kompass gerade richtig aus. Der ist über uns, Max. Der muss unmittelbar vor mir stehen oder so. Boah, ist er spannend. Ich hasse sowas. Warte, 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 warte. Oh, da war gerade was. Da war gerade was. Ja? Ja, er steht genau vor mir. Das bin ich, das bin ich, Junge. Achso. Alter. Mann. Was geht da bei dir? Wie du einen auch angrimmst mit deinem Face. Ich dreh durch. Wir müssen jetzt mal ein bisschen deliveren hier. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen, wenn wir ihn nicht finden? Oh, warte mal. Der Kompass hat sich gedreht, der ist über uns. Ja, ja, ja. Bau, bau alles nach oben. Ich habe das Schwert stets... Ja, stets gezückt. Stets gezückt. Warte, er müsste ja eigentlich hier runterfallen irgendwo. So weit oben kann er gar nicht sein. Bitte dich. Ja, der Kompass zeigt jetzt da hin. Der dreht sich hier über uns. Hundertprozentig. Der hat also ein Drehkasper hier. Ich habe Enderperlen, damit kann ich mich dann direkt... Kann sich dann direkt wegporten, wenn ich aufs Maul kriege, ne? Ja, das ist immer sehr gut. Hier oben ist noch Eisen ganz viel. Vielleicht ist da irgendwie ein Raum, wo er sich gerade drin aufhält. Du machst das. Du machst das. Hier? Warte, was ist das hier? Moment. Nee. Ich höre Lava auf jeden Fall. Ja, ich auch. Oh, oh, oh. Ja, alles gut. So. Oh, Lava. Stopp, weg, weg, weg. Ich habe keinen Block. Ich habe keinen Block. Ja, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Hast du? Oh Gott. Ja. Alter, okay. Der ist da oben wahrscheinlich. Ja. Warte, ich versuch's mal. Ich versuch's mal hier. Warte, ich muss mir mal einen Block da unten reinlegen, falls irgendwas... Wo ist die Sau? Das kann ich angehen. Da ist wieder Lava, Max. Ja, alles gut. Alles gut. Ach, scheiße. Der ist bestimmt da über der Lava. Da ist so ein Raum, weißt du? Ja. Wo er sich jetzt übertrieben equippt. Da haben wir echt nur ne Chance, wenn wir zusammen drauf hämmern. Oh, Bergi. Wie das immer lauter wird. Wie das immer lauter wird. Wie es einfach immer lauter wird. Boah. Da baut jemand Erde ab, kann das sein? Oh, nee. Ich habe nichts gemacht. Okay, er kann auf jeden Fall nicht von oben kommen. Hier ist noch mehr Lava. Fuck, Alter. Wo ist denn hier? Lava hört gar nicht aus. Er muss hier richtig in der Nähe sein. Warte mal, ich versuch's hier mal. Oh, Alter. Alter. War mal in der Tür. Alles gut. Warte. Saft, geht's dir gut? Ah, er hat sich gemütet. Oh nein, hier ist noch mehr Lava. Ich raste aus. Verdammt noch mal. Ich muss doch jetzt einfach nur nach oben. Ist das dein Name? Ne, es ist immer die Kohle. Ne, ich wollte gerade sagen, hier ist nichts. Der muss da oben sein. Wir können doch nicht nach oben, weil dieser Lava hier ist. Warte, ich versuch's mal hier. Ja. Oh, hier sieht's gut aus. Warte. Ja, ja, keine Lava. Okay. Bei uns mal so einen kleinen Aufstieg. Ja. Natürlich ganz ruhig. Ah, hier, siehst du wie der Kompass hier durchsparkt? Ja, ja. Also entweder straight. So, warte, jetzt kommen wir hier hoch. Jetzt wird's interessant. Oh ja, warte, ich hör die Lava links. Kann das sein? Ne, rechts muss hier sein. Oh, was hast du gemacht? Ja, scheiße. Sehr gut. Warte, warte. Wo kurz orientieren? Hab ich gar nicht gerade den Namen gesehen? Ich hab hier nix gesehen, es war komplett dunkel. Okay, hier ist der Raum. Wir sind da. Warte. Er ist hier max hundertprozentig. Ja, natürlich, der muss hier sein, es nützt ja nix. Lass mich kurz gucken gehen, warte. Er könnte es höchstens hören. Der ist, wenn dann ist er jetzt links von dir. Ja, ja, warte, ich baue mich da mal weiter hin. Ist natürlich dumm hier, mega am Rand, aber na gut. Wenn ich falle, dann musst du direkt raufhämmern. Ja. Der kann nicht weit sein, der kann nicht weit sein. Okay, der Kompass dreht sich jetzt dahin, der ist unter uns. Ja, aber der kann nicht noch weiter über uns sein. Wie hoch kommt man denn hier? Alter Scheiße. Was ist los mit dem Typen? Er war da hinten grad nicht? Ich raste völlig aus. Der Kompass dreht sich jetzt wieder. Der, der versucht uns von hinten dann gleich zu holen. Mach halt mal Ausschau hier. Ich mach mal kurz nen Weg hier. Ja, mach mal, mach mal. Oh man. Warte, warte, warte. Ich kann gar kein Redstone abbauen. Auch nicht schlecht. Der muss doch da jetzt irgendwo sein. Warst du das? Ja, das bin ich. Der muss da irgendwo bei dir jetzt sein. Ja, ich guck gerade mal hier, ob ich... Ich würde grad sagen, von unten kann er jetzt nicht kommen, wenn wir auf der Lava stehen. Das ist ganz gut. Aber er könnte mich natürlich reinkicken. Ja. Mach hier ein bisschen. Safety Zone. Oh? Safety First. Alter. Oh, Alter. Der kommt 100 pro von hinten. 100 pro. Hier sind wir hergekommen. Dass er aber also gar nicht, gar nicht zu sehen ist, ne? Ist halt die Frage, ob ich mich jetzt preisgebe. Also meinen Namen. Und mich halt zeige. Ja. Damit wir ihn anlocken, sag ich mal. Ne, warte mal. Er ist... Er muss hier irgendwo sein. Es ist so krass. Er muss hier irgendwo sein. Wir haben leider keinen TNT. Da! Warst du grad... Bist du unter uns? Ja, ne. Also ich bin hier unten. Ich hab mich gerade kurz gezeigt. Baust du grad ab? Ja. Also jetzt nicht mehr. Hm. Alter Schwede. Bist du das? Alter, Alter, Alter. Wann? Ich bin einfach völlig am durchdrehen gerade. Das kann nicht angehen. Dann, 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 dann unsneake dich mal. Also ich stehe einfach mal ganz normal. Ja, aber warte. Lass mich auf den anderen, äh, an die anderen, an den anderen. Alter, ans andere Ende des Raumes gehen. So, warte. Okay. Hier ist noch ne Kiste. Ich guck doch mal eben rein. Eier. Hier, pass auf. Ich hab ein paar Eier. Die schmeiß ich ihm gleich gegen den Kopf. Ja. So. Ganz ehrlich, ich unsneake jetzt. Was? Baust du ab? Wie hau ich ab? Ob du abbaust, Max? Nein, ich baue nicht ab. Ja, dann hör ich ihn, dann hör ich ihn. Ich baue hin. Ich baue hin. Ne, es hat gerade hundertprozentig jemand abgebaut. Hundertprozentig. Alter, warte. Oh Gott. So, warte. Okay, der muss jetzt. Da ist er, da ist er. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Der hat ein Dier-Schwert, der hat ein Dier-Schwert. Er ist tot, Alter. Oh, sehr gut, Alter. Alter. Der hat eine richtig gute Sequenz gehabt. Guck mal, was er hatte hier. Der hat keine Rüstung gehabt. Der hat nur Dier-Schwert gehabt. Dier, ja gut, okay. Alter Schwede. Mann, Minecraft. Mein Fighters. Dieser Spiel, das war wirklich wahnsinnig. Das war wirklich gut, ey. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne Bewertung da. Ich fand, es war wieder eine grandiose Runde. Saphirian, danke, dass ihr dabei warst. Und wenn ihr jetzt noch mehr sehen wollt, schaut auf jeden Fall auch Passage und Max vorbei und ansonsten hin muss. Daher wieder, es gibt neue Bad Wars Map, da zeige ich euch nachher auch nochmal eine von. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Bertmann. Tschüss. Godwin. Weekend.